Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video schauen wir uns die Einrichtung der Digitalisierungsbox Basic an. Die Digitalisierungsbox Basic ist der neueste Telekom-Router für kleine Geschäftskunden. Durch die Telefonie-Schnittstellenauswahl, die dieser Router hat, ist dieses Gerät präsentiert für die Voice-Over-IP-Umstellung. Das heißt, wir haben hier einmal zwei Analog-Teilnehmer, die wir anbinden können. An der Stelle sei gesagt, es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten, diese analogen Endgeräte dann anzubinden. Wir haben hier einmal TAE-Stecker, dann haben wir RJ11-Anschlüsse und auch noch eine Zweitrad-Schaltleiste. Das heißt, wir können auch direkt die Drähte anlegen an diesem Gerät und brauchen dann keinen Adapter. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Außerdem steht noch S0 zur Verfügung. Hier an der Stelle mit RJ45-Anschluss oder auch wieder der Möglichkeit, die Schaltleiste zu verwenden. Also das ist auf jeden Fall sehr umfangreich und gelungen. Also hier braucht man dann in der Regel auch keine Adapter, um etwaige Endgeräte oder Telefonanlagen anzubinden. Auch die weiteren Ausstattungsmerkmale sind vor allem auf kleinere Geschäftskunden zugeschnitten. So verfügt der Router über ein leistungsfähiges WLAN, das mit folgenden Spezifikationen aufwarten kann. Einmal die Dual-Bandmöglichkeit, also der Betrieb von 2,4 und 5 GHz Frequenzband parallel. Dann haben wir hier die neueste Technik, also AC Wave 2 wird eingesetzt mit, und das ist schön, 4x4 Mumimo. Das bedeutet, wir haben hier auch wirklich ordentlich Bandbreite im WLAN verfügbar. In der Konfiguration sind dann die gängigen Möglichkeiten vorhanden. An der Stelle sei gesagt, für den einen oder anderen sicherlich wichtig, das Gerät verfügt weder überdeckt noch über eine VPN-Funktionalität. Da es sich bei diesem Video nicht um ein Testvideo handelt, möchte ich hier gar nicht weiter auf die Ausstattung des Routers eingehen. Das zugehörige Testvideo erscheint innerhalb der nächsten sechs Wochen. Hier gehen wir dann auf die Spezifikationen und auf die realen Messwerte dann genauer ein. Damit kommen wir jetzt aber kurz zum Unboxing und im Anschluss zur Verkabelung des Routers. Und darauf folgt dann die Einrichtung. Damit kommen wir zum Unboxing der Digitalisierungsbox Basic. Man sieht, nachdem man die Verpackung geöffnet hat, sofort die Schnellstartanleitung. Hier sind die wichtigsten Informationen direkt im Handbuch enthalten. Dann treffen wir auf die Digitalisierungsbox Basic, also den Router. Dieser sieht wie folgt aus. Man kann erkennen, es ist ein modernes, weißes Design. Unter diesem befindet sich dann im Karton als nächstes eine Abdeckung. Innerhalb dieser Abdeckung finden wir dann das Netzteil der Digitalisierungsbox Basic. Das sieht wie folgt aus, ebenfalls in weiß gehalten, ähnelt stark denen der Fritzbox zum Beispiel. So sieht das dann nochmal in der Nahaufnahme aus. Dann haben wir noch eine Wandhalterung. Die kann direkt an der Wand anmontiert werden und dann wird der Router dort eingeklippt, wie man hier sehen kann. Außerdem befindet sich in der Verpackung noch ein DSL-Kabel. Dieses hat die Anschlüsse TAE auf RJ45. Und als letztes befindet sich dann in der Verpackung noch ein LAN-Kabel, ein ganz normales CAT5E-Kabel. Damit kommen wir dann schon zur Verkabelung. Diese sieht wie folgt aus. Auf der Rückseite finden wir alle wichtigen Anschlüsse, die der Router hat. Zu Beginn stecken wir hier erstmal das DSL-Kabel in die vorgesehene DSL-Buchse. Als nächstes haben wir dann die vier LAN-Ports. Als kleine Extra-Information, der LAN-4-Port kann auch als WAN-Port verwendet werden. Das ist aber optional und nicht unbedingt erforderlich. Wir stecken dann noch gerade ein Netzwerkkabel in einen der LAN-Ports ein. Als nächstes schließen wir dann noch einen ISDN-Teilnehmer an. Dies geschieht über die ISDN-Buchse. Auf Bedarf kann man das Ganze aber auch über die Schaltleiste, die rechts daneben ist, machen. Dann kommen wir zur Verkabelung von Analog-Endgeräten. Hier kann man diese wahlweise einmal mit dem TAI-Anschluss einstecken. Alternativ gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die RG11-Anschlüsse zu verwenden. Das sieht dann wie folgt aus. Ich stecke gerade noch ein Kabel mit RG11. Oder letztendlich gibt es auch noch die Option, dann hier auch die Schaltleiste zu verwenden, die an folgender Stelle zu sehen ist. Zu guter Letzt wird dann noch das Netzteil mit dem Router verbunden. Und rechts kann dann noch der Anschalter betätigt werden. Mit dem Starten des Routers wechseln wir dann auch in die Einrichtung. Nachdem die Digitalisierungsbox Basic dann vollständig hochgefahren ist, stellt sie zuerst die DSL-Verbindung her. Hierüber bezieht das System dann einmal natürlich Firmware-Updates, sofern welche vorliegen, dann natürlich die Konfiguration. Wir haben nachher dann folgenden Ausgangspunkt. DSL-Verbindung ist vollständig hergestellt. Die Interneteinwahl, also die Konfiguration von Zugangsdaten, ist ebenfalls automatisiert fertiggestellt. Und die Telefonie ist einsatzbereit. Sofern es sich um einen Telekom-MSN-Anschluss handelt, ist es ein Telekom-Subtruck-Anschluss, dann muss die Konfiguration händisch vorgenommen werden, da es dort einfach eine erhöhte Sicherheit bezüglich der Zugangsdaten gibt. Und die WLAN-Verbindung ist ebenfalls mit den Standardeinstellungen dann einsatzbereit. Über die Netzwerk-Ports kann man sich natürlich auch verbinden. Weiteres ist hier erstmal nicht erforderlich. Man hat natürlich dann nur eine Basis-Konfiguration. Der gesamte Vorgang dauert hier gemessen circa 10 Minuten. Allerdings gibt die Telekom an, dass das Ganze circa 15 Minuten dauern soll. Deswegen empfehle ich auch, 15 Minuten zu warten, denn ein etwaiges Firmware-Update kann natürlich auch noch schnell 1-2 Minuten lang dauern. Rundum muss man sagen, das hat die Telekom schon sehr schick gelöst. Also grundsätzlich ist es deswegen nicht mehr notwendig, irgendwas am Router zu konfigurieren. Einstecken, das heißt Stromverbindung und DSL. Und das Gerät ist nach kurzer Zeit vollständig einsatzbereit. Also das ist schon mal schick gemacht. Jetzt schauen wir uns natürlich die weitere Konfiguration an. Das heißt, wir greifen jetzt noch mal auf die Digitalisierungsbox per Web-Oberfläche zu. Gerade beim Thema Telefonie möchte man vielleicht noch was anpassen, genauso wie am Netzwerk oder eben am WLAN. Wir schauen uns das jetzt an. Dies geschieht am einfachsten, indem man sich auf die Web-Oberfläche der Digitalisierungsbox Basic aufwählt. Dazu ist eine WLAN- oder eine normale Netzwerkverbindung erforderlich. Im Browser gibt man dann die IP-Adresse 192.168.2.1 ein. Das Ganze einfach mit dem HTTP-Protokoll. Alternativ kann man auch speedport.ip eingeben. Mittlerweile haben die ganzen Telekom-Router und auch Telekom-Business-Router diese statische Domain integriert. Der Login erfolgt dann mit den Informationen, die wahlweise auf dem Router oder dem Routerpass stehen. Damit kann man sich dann hier einfach einloggen. So sieht die Übersicht dann im Router aus. Ich finde, das ist persönlich sehr gelungen. Schön übersichtlich. Man hat hier wirklich alle wichtigen Informationen direkt auf einen Blick. Und hier unten auch noch ein Ereignis-Log mit den neuesten Informationen, was gerade im Netzwerk und mit dem System passiert. Hier sieht man dann nochmal im Bereich Telefonie direkt die Rufnummern. Im Bereich WLAN hier jeweils nochmal die SSIDs sowie die Verflüsselungsmethode. Und im Bereich Netzwerk sieht man dann hier auch mögliche verbundene Endgeräte sowie die Art der Verbindung. Hier in dem Fall zum Beispiel eine WLAN 5 GHz Verbindung. Ja, das ist soweit alles, was man hier direkt in der Übersicht sehen kann. Damit kommen wir jetzt aber zur Konfiguration der wichtigsten Themen in der Digitalisierungsbox Basic. Das heißt, wir gehen auf die Punkte Telefoniekonfiguration, WLAN-Konfiguration und Netzwerkkonfiguration ein. Natürlich in allen drei Fällen nur das Nötigste. Zu Beginn wechseln wir hier links in den Bereich Telefonie. Und damit befinden wir uns in der Telefoniekonfiguration. Und hier haben wir erstmal die Übersicht der erkannten Rufnummern. Das heißt, bei einem Telekom-MSN-Anschluss werden die hier automatisch eingerichtet. Bei einem Telekom-Zip-Trunk-Anschluss beispielsweise muss die Konfiguration händig erfolgen. Ja, links haben wir dann einige Punkte. Erstmal direkt wichtig ist für die meisten wahrscheinlich der Punkt Rufnummern-Zuordnung. Hier kann man jetzt die einzelnen MSN-Rufnummern zuordnen. Und zwar entweder einer der beiden Analog-Telefonbuchsen oder, und das passiert hier immer, der ISDN-Schnittstelle. Das heißt, sobald man ein S0-Endgerät anschließt und dieses eine der MSNs besitzt, ist dieses automatisch einsatzbereit. Was jetzt wichtig ist, also hier, das ist wie gesagt der Standardmodus, in dem sich die Digitalisierungsbox Basic befindet. Das heißt, das ist jetzt nicht optimiert auf Telefonanlagen oder als eigenständige Telefonanlage. Um das zu ändern, benötigt man die erhöhte Ansicht Experte. Die kann man hier oben aufrufen. Hier wählt man dann die Expertenansicht aus. Und damit lässt sich jetzt im Bereich Allgemein, also auch wieder Telefonie Allgemein, der Telefonie-Modus auswählen. Standard-Modus ist erstmal diese Grundkonfiguration, wo alle Schnittstellen direkt in Betrieb genommen werden können. Das heißt, alle Rufnummern werden erstmal grundsätzlich an allen Anschlüssen signalisiert. Mit der Rufnummern-Zuordnung im Standardmodus kann man hier die Analog-Telefone nochmal dediziert zuweisen. Dann haben wir den Telefonanlage-Modus. Damit haben wir natürlich mehr Einstellungsmöglichkeiten und den ISDN-Gateway-Modus. Dieser ist für den Betrieb einer externen S0, also ISDN-Telefonanlage, gedacht. Also hier wäre dann wichtig, dass man den richtigen Modus auswählt. Je nach Modus ändern sich dann hier auch nochmal die Einstellungsmöglichkeiten. Grundlegend bleibt das aber erstmal identisch. Im Telefonanlagen-Modus stehen halt noch mehr Optionen zur Verfügung. Im ISDN-Gateway-Modus stehen weniger Optionen zur Verfügung. Für den einen oder anderen sicherlich auch wichtig ist hier, der Telekom-Zip-Trunk kann nur, und zwar ausschließlich nur, im ISDN-Gateway-Modus verwendet werden. Ja, dann haben wir als nächstes den Punkt WLAN. Vorher wechseln wir wieder zurück in die Standard-Ansicht und damit wechseln wir jetzt in den Bereich WLAN. Hier haben wir einmal ganz grundlegend eine Übersicht über alle angeschlossenen WLAN-Teilnehmer. Und jetzt kann man natürlich Einstellungen tätigen. Im Bereich Einstellungen kann man einfach nur WLAN deaktivieren, aktivieren und natürlich den WLAN-Schalter nutzen oder eben halt nicht. Und dann kommt der interessante Part, und zwar 2,4 oder 5 GHz-Frequenzband. Ich wechsle jetzt hier mal gerade ins 5 GHz-Frequenzband. Damit haben wir hier grundlegende Einstellungen. Für die meisten wird vor allem wichtig sein, die SSID, also den WLAN-Namen anzupassen und auch das zugehörige WLAN-Passwort. Die weiteren Einstellungen hier werden auch erklärt, und zwar in dem Video-Manuelle-Konfiguration. Ja, das ist das Thema WLAN. Dann gehen wir als nächstes noch in den Bereich Netzwerk, um hier eine grundlegende Einstellung anzupassen. Dies ist, wie man hier sehen kann, im Standard-Modus nicht vorgesehen. Das heißt, man übernimmt hier ganz normal das Default-Netz, also das 102.168.2.0-Netz, wo die Digitalisierungsbox Basic dann die .1 als IP-Adresse hat und hier dann folgender DHCP-Pool eingestellt ist von der IP-Adresse 50 bis zur 150. Man kann das natürlich anpassen. Dazu wechselt man auch hier wieder in die Expertenansicht und damit steht hier links ein neuer Menüpunkt zur Verfügung. Und zwar LAN kann man aufmachen und hier kann man in die Einstellungen gehen und dann kann man natürlich die Einstellungen nach eigenem Bedarf anpassen. Das heißt, hier ist es dann möglich, die IP-Adresse anzupassen, das Subnetz anzupassen, auch den Hostname zu ändern, den DHCP-Server zu deaktivieren oder zu aktivieren, sowie entsprechend dann hier die Informationen des DHCP-Servers zu überarbeiten. Damit haben wir die Digitalisierungsbox Basic jetzt grundlegend konfiguriert. Die wichtigsten Themen haben wir uns hier auch angeguckt. Alles weitere wird in dem Video Digitalisierungsbox Basic manuelle Konfiguration erläutert. Das Video ist allerdings deutlich umfangreicher, dementsprechend auch viel länger. Damit sind wir hier am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal.